Wir sitzen in diesem Nagel und ein Doktorfisch hier, wenn es ganz auffällt, das ist der, wo die Leute meistens schmunzeln, wenn sie ihn sehen. Der sieht ein bisschen aus wie der Einhorn. Ein blaubrauer Fisch mit einer riesigen Nase, ein Blattnase-Doktorfisch ist da. Und in der Infobox sehen Sie hier ganz besonders gut die Kapelle und der sitzt so da hier von dem Hand. Und beim Blattnase-Doktorfisch war noch mal ganz interessant.